Ich bin süchtig. Ich bin MrBlindDrived, gesetzlich blind sehen nur noch 2% und eine verrückte Fahrschule in Österreich hat mir 3 Schlüssel zu Supersportwagen gegeben. Wir haben hier einen Lamborghini, Ferrari und einen Mustang. Ich muss mindestens einmal im Jahr ein Auto gefahren sein. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Sportwagen sein. Ich bin noch nie einen Smart gefahren. Ich bin ja der Blind Driver. Volga, sie ist gefährlich am Anfang. Neben mir war ein Fahrlehrer, der mir dann gesagt hat, links, rechts, Handbremse ziehen, aus dem Auto springen, abrollen, Waffe... Moment mal, das war GTA. Boah, da kommt ein Auto, das habe ich nicht gesehen. Gibt es noch mehr verrückte Fahrschulen, die Bock da drauf hätten? Schreibt mir. Ich möchte mich wirklich besser, aber ich bin süchtig. Mein Traum ist es ja quasi, alle Autos zu fahren. Und ich will euch damit eigentlich nur sagen, dass jeder eigentlich alles erreichen kann, was er in seinem Leben möchte. Er muss es einfach nur probieren. Er muss es einfach nur probieren.